Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft auf diesem Kanal. Heute ein bisschen leiser, weil es ist noch morgen in der Früh und Leute schlafen und... Ja, ich geh aber trotzdem mal rein, das ist das Herzchen, Max und 99 und Ducky. Ist das... Disney? Keine Ahnung. Aber geh mir mal rein. Und letzte... What? Jetzt ist es 16.1? Okay, machen wir nochmal ein Backup. In der letzten Folge waren wir im Nether, weil 1.16 raus ist und... Uha. Voll cool, ich hab mich richtig gefreut. Könnt ihr gerne in die anderen Folgen jetzt reingucken, damit ihr seht, was es für neue Features gibt, falls ihr nicht sogar schon Minecraft gespielt habt. Aber ja, ich hab mir dieses Mal, ja, ich hab vorher dran gedacht, ähm, ja, ähm, mir, ja, ein Haus, also ich hab mir ein Haus rausgesucht. Und zwar ist er auch nicht genau das Haus, woran ich mich orientiert hatte. Es sieht auf jeden Fall sehr anders aus. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dran denke. Falls ich dran denke, seht ihr es eingeblendet, aber ich rechne nicht damit, weil ich so viele Folgen jetzt cutten muss, damit ich es eventuell schaffe, es Montag rauszubringen. Und heute ist Donnerstag. Das heißt, ich hab vier Tage Zeit, um noch ein paar Pulsoden zu machen und dann nochmal über alle rüber zu gucken und sowas. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob ich daran denke. Vor allem, weil ich jetzt, also, ich versuche mal ein paar mehr Folgen zu produzieren. Ich hab jetzt immer so zwei, drei gemacht. Höchstens vier. Und vielleicht schaffe ich das ja, ein bisschen mehr zu produzieren. Auf jeden Fall, ja, würde ich jetzt einfach mal die Fassade überarbeiten. Das auf jeden Fall, also, ich weiß nicht, wie die das zum Henker gemacht haben. Also hier hab ich ja diese Säulen, ne? Und dann haben die da... Ach, das könnten Stairs sein, dass die so nach innen gehen. Nee, ich verstehe das, ich verstehe es nicht. Oh, doch, doch, wie ich es gerade meinte. Okay, ich zeige euch, was ich meine. Ich brauch nur kurz das Holz. Und, ähm, ich brauch ein bisschen mehr Stairs dafür. Okay, ich zeige euch gleich, ich zeige euch, was ich meine. Ähm, dann wisst ihr, was... Wie das geht. Okay, so viel brauchen wir jetzt nicht. Gehe ich mal kurz hoch. Und dann zeige ich euch, wie es sein könnte, richtig. Das heißt, erst mal... Okay, es ist da drunter. Das heißt, das muss weg. Das und das. Okay, ähm... Dann würde ich mal hier eine hinsetzen kurz. Ich frage es, wie ich das jetzt mache. Hm. Okay. Ja, ist auch okay, runterzufallen. Und doppelt runterfallen. So, also... Die Stairs, wenn du sie in so einen Kreis setzt, dann binn dir nochmal so einen kleinen Kreis. Und die setzen sich dann so zusammen. Und das ist es nicht. Vielleicht muss ich wieder abbauen. Ich muss jetzt erst mal ausprobieren, wie ich das machen will. Ach so. Ach dumm. Natürlich muss ich es gegen da machen. Nee, das ist es auch nicht. Ich figure das noch out. Ich figure das noch out. Schon klar. Das heißt, ich müsste da eigentlich... Oh, okay. Vielleicht so. Und dann so. Nee. Das ist es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall hier so ein Stein, glaube ich, oder? Ich wüsste nicht, dass es ein kleineren gibt. Vielleicht ist es ja auch nicht originales Minecraft. Jetzt würde ich gerne STRGZ drücken, damit ich das wieder rückgängig machen kann, damit ich das nicht wieder umbauen muss. Wobei es ja gar nicht so viel ist. Also nur die Sachen hier wieder wegmachen. Ich dachte echt, das wäre das. Aber dann nicht schlimm. Dann müssen wir das halt irgendwie hübscher machen oder sowas. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ah, ich wollte noch einen Schluck. Wo ist denn das jetzt hin? Ach da. Ich habe mir jetzt extra Wasser hingestellt, weil ich weiß, es ist mega warm immer bei der Folge. Weil ich halt, ich habe jetzt, ich habe das Licht ein bisschen weiter nach vorne gestellt. Und ihr seht auch, ich habe die Kamera umgestellt. Die steht jetzt, ja, frontaler zum Bildschirm. Das heißt, ich kann einfacher reinsprechen. Und ja, das Licht hier habe ich noch nicht geändert. Rechts von mir. Ja, da müsste ich den Schreibtisch halt komplett verschieben. Da musste ich den erstmal ein bisschen abräumen und sowas, wenn nichts runterfällt. So, jetzt würde ich aber erstmal gucken, was ich jetzt machen will. Ich würde einfach grundsätzlich jetzt diese Verzierungen machen. Also, das heißt, wir nehmen jetzt einfach ein bisschen Holz ins Inventar. Fans haben wir auch noch. Dann können wir das Design da auf jeden Fall machen, was ich hier jetzt gerade sehe. Nehmen wir einfach mal ganz viel ins Inventar. Dann würde ich das direkt mal machen. Also, hier ist das so. Direkt da drüber haben die... Ja, es sieht halt schon ein bisschen anders aus. Als das, was ich jetzt hier gecreated habe, sozusagen. Dann haben die auch irgendwie ein anderes Fall. Also, okay. Okay, dann haben wir das so. Und hier dann so. Ich gucke einfach mal, wie das ausschaut. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich das Design hier ändern. So, und dann halt hier so. Und so. Ein bisschen hoch, ne? Weil halt noch das Dach raufkommt. Das heißt, das könnte okay sein. Hier würde ich jetzt... Hier ist in dem Bild ein Balkon. Das heißt, ich würde das jetzt einfach mal erweitern. Und dann kommt da noch ein Balkon hin. Okay, den Balkon. Ja, ich glaube, ich werde das auch bei dem anderen ändern. Und zwar, dass ich das bei den anderen Balkonen und der Terrasse vielleicht auch mit Birchwood austausche. Ich weiß nicht, ich würde das eigentlich besser finden, wenn das so ist. So. Also, entweder macht man hier Säulen zum Stützen hin. Oder nicht. Weiß ich nicht. Okay. Dann müssen wir da irgendwie... Hm. Okay. Ich ändere das mal. Dass man den da halt direkt raus kann. Der muss hier in der Treppe hin oder so. Oh ja, wir haben noch welche. Sehr gut. Sehr cool. Cool. Dann würde ich hier jetzt nochmal Zäune hinsetzen. Ich muss heute wahrscheinlich noch TikTok-Videos schneiden. Das vergeht immer so schnell. Auch wenn ich Videos... Also, ein Video dauert meistens so 30 Sekunden. Aber es vergeht halt immer so schnell. Also wenn ich 30 vorproduziere ungefähr, 30 Videos. Weiß ich nicht, wohin mal die Zeit geht. Also jetzt sind einfach wieder... Seitdem ich produziert habe, sind einfach wieder so viele Tage übergangen. Und das ist echt heftig. Achso. Und ich könnte natürlich was ausprobieren. Und zwar... Ich weiß nicht, das sieht echt komisch aus. Also ich weiß nicht, wenn man so viel macht. Weil ich ja jeden Tag was mit Social Media mache. Ich überlege mir neue Dinge und sowas. Habe ich gestern auch wieder ganz viel gemacht. Neue Dinge. Ich weiß nicht, wo nur meine Tage hin verschwinden. Das ist einfach echt krass. Ne, ich würde das gerne so haben. Ne, das war das Falsche. Weil vor... Also seit ich noch nicht aktiv Social Media... Also richtig aktiv Social Media betrieben habe. Die Tastatur ist immer noch aus. Hm, wild. Das ist immer wieder passiert. Ich mache mal kurz alle weg. Ich glaube, damit ich da besser rankomme oben. So. Ja, keine Ahnung, was die da ist. Guck mal kurz. Das sieht da sehr anders aus. Das sieht halt von der Perspektive ganz gut aus. Ich würde mal eine Schere machen, kurz. Erstmal gehe ich schlafen. Und dann würde ich Leaves und sowas holen, glaube ich. Könnte ich schon gucken, ob ich verzieren will. Oder noch nicht. Aber ich würde auf jeden Fall erstmal eine Schere machen. Dann habe ich sie. Wo war das? Hier. Guck mal, da haben wir auf jeden Fall schon ein paar Enderperlen in der letzten Folge bekommen. Das finde ich richtig cool. Weil... Dann ist nicht mehr so weit, bis wir auch das End finden können. Haha. Nein, wir brauchen ein bisschen mehr, um das auch zu aktivieren. So, ich würde jetzt aber erstmal hier... Hier würde ich das offen lassen, wenn man da rumkommt. Aber hier kann man auf jeden Fall ein... Wecker... Wecker machen. Ich war Ewigkeiten nicht mehr um die Uhrzeit wach. Also, ich bin so um 6, so 30 oder so aufgewacht. Automatisch. Und normalerweise habe ich jetzt ein bisschen immer mehr durchgeschlafen. Aber ich hatte auch den Wecker jetzt ausgemacht. Einfach mal ein bisschen entspannen. Aber jetzt irgendwie bin ich heute früh aufgewacht. Okay, also ich würde... Okay, zur Verzierung bin ich jetzt da hoch. Nein, ich glaube, ich baue die hier hin, die Leute. Wie kann ich das abbauen? Ui! Würde ich das jetzt hier alles abbauen? Die haben so drei Blöcke oder so. Ich weiß nicht, ich habe das so uneben gebaut. Ich glaube, ich muss das hier... Ich muss den Balkon höher machen. Und das hier ist auch höher. Vielleicht reiße ich das komplett ab und mache den Balkon wirklich viel höher. Okay, ich reiche das mal ab. Das ist nämlich das obere. Da ist nur eins. Ja, mal gucken, wie das Finished Broderk aussieht. Das würde ich jetzt hier auch mal wegmachen, weil... Das ist ja albern, ne? Hier mit dem... Vielleicht... Mal gucken, wie ich das jetzt mache. Okay, dann würde ich jetzt erstmal ganz viel durch das Wood austauschen. Vielleicht machen wir das wieder dahin. Ich weiß es noch nicht. So. Okay. Ja, sieht jetzt erstmal komisch aus, oder? I don't know. We don't know. I don't know many times. Dadurch, dass ich irgendwie auch leiser sprechen möchte... Ja, bin ich selber voll müde. Merkt man vielleicht gerade. Weiß ich nicht. Hm. Okay. Das könnte klappen. Müsste ich das hier aber auch komplett nachmachen. Also die. Die würde ich dann komplett durch... Moment. Ich hole sie kurz. Also auch diese Säulen ersetzen. Haben wir noch welche? Ja. Sehr cool. Ich kann gerade einschlafen. Ich kann gerade literally einschlafen. Aber ich habe mich irgendwie richtig gefreut. Ich wollte gestern noch mehr Folgen aufnehmen. Aber dafür hatte ich keine Zeit. Deswegen hatte ich mich mega gefreut. Und jetzt bin ich halt ein bisschen müde. Irgendwie. Ja. Okay. Ähm. Ich trinke echt noch Wasser. Vielleicht hilft das. Hm. 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 Sehr gut. Fresh. Fresh. Ich vergesse das auch immer zu trinken. Es ist so unglaublich wichtig, Wasser zu trinken. Aber ich vergesse es halt einfach. Ich vergesse es. Aber dafür trinke ich Milch, ne? Schön Calcium. Okay. Okay, dann würde ich den Balkon einfach eins höher machen. Also was heißt eins höher? Höher. Das, der, der, der kommt hier auch weg. Würde ich das auch mal ersetzen. Ja, dann würde ich den hier hin machen, oder? Ich habe überlegt, dass ich dann die Fassade komplett nach hinten verschieben würde, weil das sieht eigentlich ganz cool aus auf dem Bild. Ähm. Aber ich weiß noch nicht. Ach, ich brauche es nur unten zu verschieben, glaube ich. Ne, ich mache es wieder so. Ich finde, es sieht irgendwie cool aus. Dann können wir später von innen noch den Zaun setzen und so, ne? Das einfach hübsch machen. So. So. Gut. Mal abchecken. Ja, ist halt mega hoch jetzt, ne? Dann können wir auf jeden Fall die Fensterfront auch eins höher machen. Das können wir hier mal wegmachen. Das würde auf jeden Fall besser aussehen, wenn das da höher wäre. Hier auch. Gut. Ich schaue mir das mal ein. Wertvolles Holz! Okay, dann hole ich mal kurz die... das Glas. Und bam! Können wir auch hier schon hinsetzen. Okay, da kommt dann noch... Boah! Warte, das... Okay, das brauchen wir auf jeden Fall im Inventer. Das ist wichtig. Äh, was habe ich gerade... So. Und dann können wir das hier auch voll machen. Dann sieht das schon vielleicht besser aus. Hier würde ich es auch nochmal zumachen, auf jeden Fall. Aber erst mal auflassen. Und dann gucken. Abchecken. Ich finde das komisch. Hier. Ich würde die eher oben draufsetzen. Sodass da so zwei so sind. Ne? Das meinte ich nicht. Ja, so meinte ich. Ich würde das mal austauschen. Hier, Fleisch. So, und dann das auch. So, das fühlt ein bisschen besser aus, finde ich. Ähm, okay. Okay, ich zeige euch mal, was anders ist. Und zwar... Ist das so. So sieht das aus, eigentlich. Bei dem anderen. So, wie schmaler. Ist eins nach innen noch versetzt, irgendwie? Ich weiß nicht genau. Aber wir können das auch so machen, theoretisch, ne? Ist ja auch... Zwei Wochen oder so ausgetauscht in der Maus. Ich denke mal einfach, dass es die verfehlen wird. Ja, ich muss das auf jeden Fall... Ich muss meinen ganzen Schreibtisch organisieren. Ja! Ich muss kurz... Lass kurz meinen Glöckatze rein. Komm rein. Okay. Ähm, ich weiß nicht gerade, wo ich war. Verzieren! Achso, ich würde das auf jeden Fall dann noch verzieren. Das sieht auf jeden Fall anders aus, als das auf dem Bild. Das ist halt alles viel höher, ne? Ah. Okay. Ich glaube, ich ändere mal nochmal was komplett. Ich gehe mal rein. Damit ich dieses Holz da wegbekomme. Ich würde das komplett wegmachen. Komplett. Eins tiefer sitzen, meine ich damit. Das hier. Alles eins tiefer. Hey, Kjatsi, was machst du? Sie fährt halt ihre Krallen nicht ein. Und deswegen hört man sie immer. hier so auf Fake-Packet. Hm? Ich sehe each other. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich mich halt was anderem beschäftigen. Es ist halt so anders proportional. Deswegen kann ich es eigentlich auch nicht nachmachen zu dem. Ich tue da einfach anders aus. Ich war auf jeden Fall dieses Hors. Dieses Hors. Würde ich auf jeden Fall ein paar da tamen und so. Ich könnte auch mal das Dach einfach machen. Yes. Baby. Hi, Baby. Hi. Okay, also, da meine Katze wieder mal zum Folgenende da ist. Nicht gut. Sie wollte anscheinend nicht auf den Arm, sondern nur hoch. An sich hoch. Was machst du jetzt? Kannst du gerne hochgehen, aber ich weiß nicht, wie das wird. Da ist nämlich kein Platz. Da ist kein Platz. Genau. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir sehr gerne ein Dabon nach oben geben. Und unterstützen würdet ihr mich auch, wenn ihr mein Abo dalassen würdet. Was machst du? Hi. Ja, ich will den Mikrofon schmieren. Ja. Wie ist das so süß? Ja, hat wahrscheinlich gerade nur so boom, boom. Aber ja, guckt gerne morgen wieder um 18 Uhr hier auf diesem Kanal vorbei. Ansonsten habt ihr die alten Videos noch in meiner Playlist. Da sind jetzt schon einige Folgen drin. Und ja, ich würde sagen, hoffentlich bis morgen 18 Uhr. Also, ciao.